Ja, hallo, mein Name ist Achim Konion, ich bin der Leiter des Projekts Multimedia History Guide und ich werde Ihnen hier an dieser Stelle einfach mal ein paar Tipps geben, wie man mit dem Multimedia History Guide umgeht, wie man damit durch die Landschaft geht und wie das überhaupt funktioniert. So, jetzt fangen wir mal ganz einfach an. Es soll ja Leute geben, die sagen, Smartphone, Pocket-PC oder Mobile-Device, kenne ich nicht, haben wir nicht, wo je mit das. Ich sage mal, für solche Leute ist es ganz einfach. Wenn Sie kein Gerät haben, wenn Sie keine Ahnung haben, dann gehen Sie zum nationalparkinfo.zerkall. Nationalpark Eifel, Info.Hürkenwald, Zerkall. Und dort reservieren Sie ein Mietgerät, schicken Sie eine E-Mail hin oder rufen Sie da an und dann kriegen Sie vor Ort eine Einweisung und dann können Sie direkt von dort aus loswandern und Sie werden merken, dass das ganz einfach ist. Sie kriegen dann einen Pocket-PC, das ist so ein Gerät, in der Regel ein Fujitsu Siemens oder was ich hier habe, ist ein HP, iPack Travel. Und wenn Sie selber so ein Gerät haben, also ein Pocket-PC mit Windows-Mobile-Betriebssystem, Sie merken, wir nähern uns hier schon den höheren Sphären der Computerwelt, dann können Sie bei der Firma Egotrack, www.egotrack.de oder eben am nationalparkinfopunkt auch eine SD-Karte erwerben, wo dieses Programm für den Pocket-PC drauf ist. Und das Tolle ist, an dem Mietgerät und an der SD-Karte an dem Programm für Windows-Mobile-Pocket-PC. Sie haben nicht nur die Videos und die Audios drauf, sondern Sie haben auch noch ein GPS-geführtes Wanderwege-Programm. Das heißt, das Gerät zeigt Ihnen eine Karte, es zeigt Ihnen immer Ihren aktuellen Standort, es zeigt Ihnen, wo Sie lang gehen sollen und dann kommt ein Symbol, ein Film oder ein Audiosymbol und dann klicken Sie drauf und dann geht das auf. Ist doch super, oder? Also ganz einfach, wenn Sie kein Gerät haben, ein Gerät reservieren, mieten, auf geht's. Und wenn Sie ein Pocket-PC haben mit Windows-Mobile, dann können Sie das Programm entweder downloaden oder Sie können es am nationalparkinfopunkt Zerkal kaufen. Das war der erste Streich. Jetzt kommen wir zu Leuten, die sagen, Windows-Mobile, habe ich nichts mit am Hut. Ich habe zum Beispiel ein... Also, das war der erste Streich. Jetzt gibt es Leute, die sagen, Windows-Mobile, habe ich nichts mit am Hut. Die haben zum Beispiel ein UMTS-fähiges Video-Handy, wird auch Smartphone oder Mobile-Device genannt. Also, mit diesem Gerät kann ich dann zum Beispiel direkt hier vor Ort über UMTS, über Internet, mir die Daten runterladen und kann spontan loswandern. Ich stehe vor der Wandertafel, ich sehe die Adresse www.mm-historyguide.de slash mobile, mobile. Und da komme ich auf die Seite, auf die Mobile-Version und da kann ich mir aussuchen, will ich den Hürkenwaldweg machen, will ich den Drober-Bergtunnel machen und kann mir die Karte runterladen, kann mir die einzelnen Audio- und Videodokumente runterladen. Wunderbar, fantastisch. Und kann das für jeden Weg machen. Immer darauf achten, hier in der Droberheide haben Sie ausreichend Empfang und oben im Bereich Vossenack auch. Manchmal im Wald wird es schwieriger. Hier haben Sie keinen GPS-Trick, aber die meisten Video-Handys und Multimedia-Handys haben heutzutage eine GPS-Funktion, also können Sie auch mit Ihrer Karte ja immer vergleichen, wo Sie gerade sind. Verlaufen ist schwierig geworden, funktioniert aber auch noch. So, jetzt kommen wir von dem meiner Meinung nach ausgesehenen Flaggschiff unseres Projektes, nämlich Sie können alle Karten, vor allem alle Videos und alle Audiodateien in einer hoch aufgelösten Version runterladen. Und zwar Video ist das M4V, das ist ein MP4-Format. Da hat jedes Video ungefähr 30 bis 50 MB, aber eine brillante Qualität. Und das können Sie auf Ihrem PC, auf Ihrem Mac, auf Ihrem Notebook, auf Ihrem Netbook, das können Sie auch mit Ihnen mitnehmen, angucken. Sie können das in iTunes öffnen und Sie können das dann entweder auf Ihr Blackberry, auf Ihr iPhone oder wo habe ich es? Genau hier hinten in meiner Wunderttüte auf Ihren iPod Touch runterladen. Sie haben hier keine GPS-Unterstützung, nicht unbedingt, aber Sie haben schöne Karten. Sie haben da also wirklich die Möglichkeit, das in einer hoch aufgelösten Qualität zu sehen. Das würde ich Ihnen empfehlen. Und wo bekommen Sie die Daten her? Ganz einfach www.mm-historyguide.de. Dann gehen Sie auf die Download-Seite und Sie kriegen da alles erklärt, mit welchem Player Sie das angucken können und so weiter. So, jetzt zum Schluss. Ich gehe mal eben an den Wagen. Jetzt hole ich noch was. Eine ganz wichtige Geschichte. Nämlich, was ist, wenn Sie ins Gelände gehen? Die meisten Leute gehen hin und sagen nachher, ich habe nichts gehört, ich habe nichts gesehen, es hat gerechnet, auch noch nass geworden bin ich. Ja, das muss ja nicht passieren. Erstmal würde ich immer darauf achten, wenn Sie hier gehen, wenn Sie im Hürkenwald gehen, achten Sie, auch wenn Sie morgens bei Strahlen zum Sonnenschein losfahren, auf regensichere Kleidung. Schon die Amerikaner hatten 1944 das Problem, dass Sie keine gute Kleidung hatten im Hürkenwald. Und auch der Römer an sich mit seinen kurzen Hosen und Sandalen soll sich in Germanien öfters mal verlaufen haben. Deswegen, gute Wanderkleidung gibt es überall in Ihrem Store um die Ecke. Dann habe ich mir hier sowas angeschafft. Erstmal natürlich ein Kopfhörer, wenn ich alleine unterwegs bin, ist ja wohl klar. Damit ich auch das tolle Höherlebnis habe in Sensorround und Dolby und so weiter. Naja, ganz so doll ist es nicht, aber immerhin Stereo. Diese Tasche hier, die habe ich, das ist eine Fototasche, Sie können auch irgendwas anderes nehmen, damit ich dieses Gerät jetzt hier reinlege und wow, super, habe ich einen total coolen Blendschutz. Kann ich auch umdrehen, je nachdem wo die Sonne ist. Und dann kann ich mir das hier ganz toll angucken. Ich habe mir eine ganz brillante Darstellung, auch bei strahlendem Sonnenschein, weil ich überall ein schattiger Baum ist, unter dem ich mich runterstellen kann. Dabei haben wir schon meistens darauf geachtet, dass die Videopunkte an Orten sind, wo ein natürlicher Schatten vorhanden ist. Würde ich Ihnen empfehlen, auch wenn es mal regnet. So, wenn Sie mit mehreren Leuten unterwegs sind, empfehle ich Ihnen zum Beispiel hier von iSound so eine kleine Box, die kann man dann anschließen. Und dann kann man mit vier, fünf, sechs, sieben, acht Leuten das Audiodokument und auch die Videodokumente sehen. Gibt es auch von anderen Herstellern. Ich will jetzt hier keinen bevorzugen. Zum Beispiel gehen Sie einfach mal ins Internet und geben Sie ein mini, tragbaren Mini-Lautsprecherbox oder irgendwas in der Richtung. Naja, ein bisschen sollen Sie auch noch selber machen. Ich muss Ihnen doch nicht alles vorbereiten. Also, ich glaube, ich habe Ihnen ein paar grundlegende Tipps gegeben. Und denken Sie einfach dran, wenn Sie nicht mehr weiter wissen, also bei der Planung, nicht hier im Gelände, da sind Sie sich selbst überlassen. Aber wenn Sie nicht mehr weiter wissen, schicken Sie eine E-Mail an info at mm-historyguide.de und Sie kriegen eine Antwort. Danke, das war Ihr Achim Konejung.